Hallo, was machen Sachen? Ja, momentan tue ich viel auf Twitch streamen und da tun wir unter anderem gerade in der Unreal Engine uns eine Schule bauen. Wie gesagt, ich mache das alles live gerade in Twitch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da auch mal besuchen und sehen mich, was live macht und ein bisschen mit mir interagieren, mir Vorschläge machen. Aber ich habe mir auch gedacht, das ist ja für die Leute auf YouTube auch ganz interessant. Aber ich wollte die Videos hier halt nicht eins zu eins hochladen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen lang für so ein Video. Daher habe ich das alles ein bisschen schneller gemacht. Da seht ihr ja, was ich tue. Für genauere Sachen könnt ihr mich auch gerne fragen. Oder wie gesagt, ihr kommt auf Twitch vorbeikommen. Ich will mal eine kleine Eigenwerbung. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt größtenteils, alle Sachen, die ich auf Twitch gemacht habe, auch hier einfach in einer schnelleren Geschwindigkeit und ein bisschen was dazu erzählen vielleicht. Ich hoffe, das ist interessant für euch, findet ihr spannend. Ja, und genießt den Aufbau der Schule. Momentan machen wir erstmal das Blockout. Da wird jetzt erstmal ganz grob geguckt, welche Größen brauchen wir, welche Flächen werden gebraucht. Das ist jetzt erstmal herausgefunden, was wird benötigt. Und wo soll welcher Raum liegen. bis jetzt weiter geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Und hier sieht man ganz gut, dass ich gerade in den Blockout-Phasen hauptsächlich mit den Brushes arbeite, mit den Geometry-Brushes und dann einfach Sachen ausstanze oder ausschneide, um halt Türen später dann auch Fenster zu machen. Ja, und später werden dann halt auch die Blockout-Meshes benutzt, um die fertigen in Maya nochmal zu erstellen und so ein bisschen zu bearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier habe ich einfach mal ausprobiert, wie es aussieht, wenn ich halt Sachen, wo halt Wände dazwischen sind, einfach mal ein Fenster auslasse. Die Idee habe ich dann später verworfen, weil mir das optisch nicht gefallen habe und einfach die kompletten Fenster reingenommen. Aber dafür macht mir das Blockout, um sowas herauszufinden, was einem halt optisch gefällt, was schöner aussieht, welche Variante man nimmt und halt wie man am besten zu seinem Ziel kommt. So etwas, als ich Nein. Ich webpage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja und hier sehr sehr gut zu sehen, der ewige Kampf mit den Treppen. Wie viele Stufen braucht man, wie lange muss die sein, sodass es auch realistisch aussieht. So Treppen finde ich bei Architektur so eine der schwierigen Sachen, dass die halt a funktionieren und b halt auch einfach gut aussehen. Tja, hier halt mein Versuch eine vernünftige Treppe zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja und zwischendrin haben wir dann den Hinweis erhalten und haben es auch selber auch gesehen, dass die Deckenhöhe nicht ganz so passt, dass wir mit 3 Meter Höhe nicht so weit kommen. Wir haben es dann auch 4 Meter erhöht. Wirkt optisch auch schon sehr sehr viel besser, aber nicht so beengt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So und dann sind wir auch schon am Ende der Blockout-Phase. Ich habe nur das halbe Gebäude gemacht, da es sich ja eh spiegelt. Ist das eher relativ, ob ich die andere Seite mache oder nicht. Wäre halt einfach noch mehr Arbeit für mich. Habe ich mir entschieden, okay, die Hälfte es ist. Und ja, demnächst kommt dann halt einfach die Phase, in dem ich einfach das Gebäude nach und nach in Maya nochmal nachbaue, die einzelnen Teile, und sie halt einfach optimierter dann wieder in die Engine reinziehe. Dann, ja, danke fürs Zusehen und man sieht sich später.